Musik Darauf gekommen bin ich glaube ich ein bisschen durch einen Zufall. Und zwar war das als ich 15 oder 16, ich weiß gar nicht genau, war. Da hatte ich eine Jugendfeier, das kennen einige nicht, das ist sowas wie die Konfirmation nur ohne Taufe und die Kirche im Hintergrund. Und da bekommt man natürlich so Sachgeschenke und Geld geschenkt. Auf der Feier kam dann ein Nachbar zu mir, der hatte eine Spielreflexkamera dabei und hat mir die einfach mal in die Hand gedrückt. Hab dann damit rumfotografiert und war super begeistert davon, was man damit machen kann. Und hab mir von dem Geld selbst so eine Kamera gekauft und bin dann einfach erstmal losgezogen. Also hab alles fotografiert, so wie jeder Fotograf das am Anfang macht. Und durch den Beruf meiner Mutter, die sehr sehr eng mit der Natur zusammenarbeitet und mir auch immer alles über die Natur erzählt hat, bin ich dann zur Naturfotografie gekommen. In der Naturfotografie kann man nichts vorhersagen, wie es zum Beispiel in der Menschenfotografie möglich ist. Da kann man ganz genau planen. Ich nehme mir jetzt das und das Model und gehe da und da hin und dann steht die Sonne genau zu dem Zeitpunkt da und da. Und in der Naturfotografie kann man dem Vogel jetzt nicht sagen, komm mal bitte um 17.30 Uhr genau da hin und ich fotografiere dich dann auf dem Ast, wenn du die Flügel auf hast. Deswegen muss man schon Geduld haben. Man muss auch mal Niederlagen einstecken können. Ein Beispiel, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde, ist mein Fuchsfoto oder meine Fuchsserie. Da benötigt man sehr sehr viel Zeit, aber jetzt nicht nur beim Fotografieren, sondern gerade in Gebieten wie Dortmund, um diese Fuchsbauten überhaupt erstmal ausfindig zu machen. Also man muss durch die Gegend gehen oder Tipps von Förster nachgehen oder so. Und dann geht es los, dass man erstmal diesen Bau aus der Ferne beobachten muss. Bevor man nämlich wirklich nah genug da dran gehen muss, muss man sich Füchse erstmal an sich und seinen Geruch gewöhnen. Sonst hauen die nach kürzester Zeit ab. Diese beiden Sachen zusammen haben bei mir dann in dem Jahr 2011, als das alles gemacht wurde, circa ein, anderthalb Monate gedauert. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren aus immer näherer Entfernung. Und dann die Ansätze dauerten dann meistens so zwischen zwei und fünf Stunden, je nachdem. Und bis man dann zu so einem schönen Foto kommt, dauert es dann schon lange noch. Also braucht man schon Geduld. Ich glaube, dass man mit der Naturfotografie eine sehr gute Möglichkeit hat, Menschen auf die Schönheit der Natur aufmerksam zu machen, die beispielsweise überhaupt keine Ahnung haben, dass seltene Vogel- oder Tierarten direkt bei ihnen in die Ecke vorkommen. Und das ist für mich ein großer Aspekt der Naturfotografie im Ruhrgebiet, wo ja super viele Menschen leben. Man stellt sich das so vor, dass, wenn man hört, ein Naturfotograf, 19 Jahre oder so, wahrscheinlich so ein ganz Verschrobener, der irgendwie lichtscheu ist und irgendwo in der Natur in einer Holzhütte wohnt oder so. Das ist so, dass man schon mit sich alleine klarkommen muss, natürlich. Das darf einem jetzt nicht langweilig werden, wenn man einfach irgendwo in der Natur sitzt. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich die Nähe von Menschen abscheue oder so. Also das ist totaler Quatsch. Das ist ein anderes Hobby von mir, Partys organisieren, größere. Und das ist ja eigentlich ein krasser Gegensatz, diese beiden Sachen. Das eine ist möglichst abgelegen und still in der Natur und das andere ist möglichst laut, möglichst viele, möglichst bunt und so. Ist aber schön, die beiden Sachen. Das macht mir beides sehr, sehr viel Spaß und super abwechslungsreich. Im Frühjahr, wenn aber gerade alles Leben neu anfängt, dann ist es schon so, dass ich fünf Tage die Woche oder so irgendwas mache. Es war natürlich jetzt immer so, dass die Schule noch ein bisschen im Weg war. Ich hatte bis zur letzten Sekunde alles im Griff, aber die Schule war jetzt mit Abstand nicht das Wichtigste. Ja, das war jetzt mit Abstand nicht das Wichtigste.